Es ist ein unglaubliches Glück, dass wir zum ersten Mal sogar unserer Evolution ein kleines Ding in den Händen halten können, mit dem wir mit jeder beliebigen Gassung auf der Erde in Verbindung treten können. Und wir fangen gerade erst an zu verstehen, wie dies die Welt verändert. Wir können damit nicht nur mit Menschen in Verbindung treten, sondern auch mit Ideen und ganzen Bewegungen. In der Vergangenheit, wenn junge Leute in einem Land oder irgendwo auf der Welt gegen Ungerechtigkeit, gegen Unterdrücken oder die Missachtung der Menschenrechte protestieren wollten, konnte sie von ihrer Regierung zum Schweigen gebracht oder einfach weggeschwärt werden. So konnte der Aufschweig über Ungerechtigkeiten begraben, vergessen und annihiliert werden. Aber jetzt ist das anders. Junge Menschen auf der ganzen Welt sind miteinander verbunden. Und wenn sie den Mut haben zu protestieren, können sie sich über die Grenzen ihres Landes hinaus miteinander zur weltweiten Bewegung und Verbindung, egal ob sie in mittleren Osten, Palästin, Zimbabwe, Myanmar, Russland oder China. 1777 gab es einen jungen Mann, der den Mut hatte, für seine Volk zu kämpfen. Aber das kostete ihm das Leben. Ein Spirit me. Mich zu dieser blieb. Sein Name ist Steven E. Gore. Wöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020